Es geht nun nicht um den juristischen Volet, wo das Läschte vor dem nicht geschwäht ist, sondern um die Manähe, um dadurch, wie die sogenannte Exekution des selbischen Dach zu Bartring durchgezogen hat. Marc Tommer. Heute für ein RTG hat die kleine Pizzerie zu Bartring in Dieren für das Läschte-Keyer aufgemeldet. Kurz nur zwei können der Wissier mit zwei Begleiter an der Boutique heranmen. Sie sind in zwei Stunden mit dem Auto gekommen, mit dem Stadion der Justiz. Sie haben mir den Papier gezeigt, dass sie dort alles entlassen. Sie sind in der Brüste, mit zwei Kindern. Ich bin in der Brüste, mit zwei Kindern, mit drei Jahren. Ich bin in der Brüste, aber ich habe keine Brüste. Ich habe verloren, ich bin meine Brüste, ich habe hier noch nie gelehrt. Sie haben mir die Dinge verletz, auf dem Trottoir. Sie haben mir gesagt, es ist alles in der Brüste. Wir haben alles in der Brüste. Wir wissen nicht, was wir machen. Wir wissen nicht, was wir machen. Wir wissen, was wir machen. Wir sind die Brüste. Wir glauben, dass wir es richtig ist, aber wir lassen uns. Wir sind die Brüste. Über die Gesellen vom Wissi am Gange sind die Sillische Wurren, für ein Tier zu befördern, kommen weiter ähnungslose Kleinen an die Pizzerie. Sie kommen für den Taten zu kaufen, für den Zopp zu kochen. Da kommt eine schöne Frontier, was geschieht heute. Die Leute werden die Hunde rausgeworfen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich muss sagen, dass ich in den Momenten, wo ich bin, immer wieder zu sein. Ich finde, dass es malheureux ist. Ich finde, dass es ist. Ich bin sehr süß. Sie sind sehr süß. Es ist gar nicht so süß. Es ist quasi der einzige Magazin im Village, dass es eine sehr große Hilfe für alle. Und für die ängelte Menschen, die hier vieren. Ich finde, dass es ist sehr süß. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Es sind wirklich sehr süß. Ich bin sehr süß. Seit 1969 bin ich in diese Wohnung. Ich bin nicht in der Straße mit meinem Essen. Ich bin jetzt in der storiesie mit meinem Busch. Ich bin jetzt in der Fahrt mit meinem Essen. Ich bin auf die Straße mit meinem Essen. Ich habe zwei kleine Lerchen hier. Wir gehen jetzt um一起. Ich habe viele Meubels. Meine Meubels sind verd liszt. Ich will sie alle wieder mitten. Es ist nicht normal, aus dem Hinblick auf die Justizierung, dass wir die Kinder auf der Straße nehmen und dass der Bürgermeister, der Maier, die nicht hier sind, dass sie die Kinder, die sie seit 27 Jahren sind, und dass sie die Kinder, die 4 und 7 Jahre sind, dass die Bürgermeister, die Maier, die nicht hier sind, für eine Wohnung, ein Wohnzimmer für diese Menschen, independent von der Justizienste Entscheidung, für sich zu beurteilen, dass alles Wiener Pärissabler werden müssen, dass wir nicht alle Wiener, dass wir nicht alle Wiener, dass wir für die Wiener, und dass, in einem Weltkrieg, wo man sieht, dass mehr und mehr die kleinen Lieferiener, wie alle diese Menschen, die hierher kommen, Ob der Gemeinde will der Bürgermeister Niki Bettendorf die Reproschen aus seiner Adresse nicht geholfen. Der Bürgermeister kann nicht liberal sein. Ich glaube, wenn ich hier gewesen wäre, wäre ich auch dahin gegangen. Als ich mich spät gekommen bin, war die Situation so dramatisch, dass ich auch nicht mehr konnte regeln. Herr Pinto seiner Frau hat mich auch gefragt, dass ich beim Proprietär interveniere. Und natürlich auch gemerkt, ich habe ihnen einen Brief geschrieben. Der 25., wo ich gesagt habe, wann ich glücklich habe, ist die Situation so dramatisch, gibt ihnen nach einem Ausstand. Auch auf dem Brief, wo ich nie eine Antwort kriege, dass derjenige wird, dass der Bürgermeister kaum anzusehen wird. Der Bürgermeister konfirmiert, dass der Episier Glechtjur Fogiers probiert hat, zu Bartring ein Ehrenlokal zu fanden. Ich kann nur doch Gesicht haben dürfen, heißer zu fanden. Dann hat er auch ein, zwei, wo gemengt wird, die kriegen nicht. Und da ist da wahrscheinlich immer im Preis gescheitert. Von den anderen ein, zwei Millionen Meter abgelöst wird er gut. Herr Pinto da hat gebeinert. Die Leute, die waren beleuchtet, haben die Episierie gut gefeuert. Das war vermächste Proximität, als sie gerne dahin gegangen waren. Ich muss schon sagen, dass die Passanten, die Lernschke, die sind nur von Indowah, die Menschen, die gesehen haben, die Leute für ein Tier gesetzt haben, dass das ein Dicke tun hat. Ich meine nicht, dass ich schon hart gesagt habe, dass es ein Dicke Pels ist, wenn man den Dicke einfach so akzeptiert hat, dann stieh ich mit Leuten, dass die Lern für ein Tier gesetzt haben. Das ist wirklich hart. Zerger Platz. Auch die Frau Glechtjur stehen in Episier seinen Familien verzweifelt mit Tränen an den Annen für ein 200 Tier. Ich habe viele Kunden hier. Das ist das, was ich bin. Ich habe keine Haus in Luxemburg. Ich habe nichts. Seitdem ich hier bin, ich habe fast 3 Millionen Euro für die Pesierie zu machen. Mit dem Geld, wie ich investiere? Ich investiere das Geld, das Geld ist für die Pfosten. Und jetzt habe ich angefangen, ich habe ein paar Geld. Ich habe meinen Papa zu zu zu. Ich habe meine Kinder. 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 Die Mannen haben ihre Existenz verloren. Das können sie nicht so machen, unter diesen Konditionen. Sie hätte wenigstens müssen dem Mann eine Chance geben, wie er singen würde, was frisch geworden wäre, die er nicht kann halten, und dass sie wenigstens die hätte verkaufen können. Überall am Karte der selbe ist ein Eko. Eine sympathische, epische Familie, die immer helfsbereit war, für mich ist Freiby so verspät, sogar Sonnens. Da war ein Mann, der eine feine Oper war, der einen properen Kommerz gemacht hat. Wir hatten noch nie Probleme, wir waren sogar guten Opern, aber wenn ich ihn hier gebracht hätte, er war immer direkt da. Es ist fantastisch, dass der Mann seinen Kommerz gemacht hat, zwischen Kaktus und Konkord, für den kleinen Kommerz zu prüfen, weil alles wird heilvolle Leute, die von der Schaf kommen sind, nach Seher und Besakhafen kommen sind. In der heutigen Sinne wird der Mann heilvolle Leute geholfen. Es war für ein Opern, der im Kartei, die die Operation mit dem schronen Juristen-Jargon des Gerpissements, Gesinn oder Madelief tun waren unzert. Die Weise, wie das ist passiert, ich finde das Lamentable. Ich regrette das Lamentable. Wir haben viele Voisy, das war so. Es ist wirklich cauchemardes, und es sollte nicht sein. Es gibt keinen Sinn von der Menschheit in das. Die Bände sind gekommen, sie haben alles Kassel, 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 alles Kassel. Also haben sie alle Stadtferès begonnen, alle Kassel, alles Kassel. Wieden nucleot Aqui, alle Fabrikation, alles Kassel, alles Kassel, alles Kassel. Das ist eine paint Tuentlangeоронige shaken, was Kassel. Allerdings Smege sommes zusammenwärts. Alles Kassel, die Bottaikation und alles Kassel, alles Kassel, alles Kassel. Es gibt eine Innen intertw obstruction. Das tut sie kein Schäbel an.